Okay, willkommen zurück bei Ninja Guiden. Heute Act 5 mit hoffentlich weniger Toten als in Act 4. Ach, natürlich. So was muss ich mich natürlich noch treffen. Was ist denn der Kerze hier drin? Etwas Hilfreiches. Okay. Ah, respawn, respawn, respawn. Oh ja, ich erinnere mich an euch. Ich lasse ihn einfach links liegen, ne? Oh Gott, nein, was ist das? Was soll das? Was zum Teufel? Und warum treffen mich diese Fledermäuse immer? Ich stecke jetzt schon mehr Schaden an, als in der ewigen Aufnahme. Ewige, ja. Fakt ist. Aufnahme schneiden. Und wir kommen hier zurück in Stage 5.1 bei Ninja Gaiden. Es wird doch viel brutaler. Das ist so furchtbar. Hier links ist hoffentlich eine Sub-Weapon. Ja, wunderbar. Ich nehme sie gerne an mich. Oh Gott, das war fast zu gut. Und wie ich da nicht dran gestorben bin, ist echt eine Meisterleistung, glaube ich. An den Busch da unten erinnere ich mich noch viel zu gut. Deswegen gehe ich hier die Wand nach oben. Und, und, irgendwo hier, ja. Okay. Oh Gott. Das war hilfreich. Vielen Dank. Ich habe keine Munition für die Sub-Weapon mehr. Jetzt habe ich wieder welche. Okay. Okay. Äh, ja. Ich glaube, das ist hilfreicher. Und hier hat es wieder Vögel. Wer hat es erwartet? Bringt mich halt alle um. Klar. Was soll man denn da bitte machen? Ich fahre immer wieder auf die Burschen hier rein. Warum? Gut. Wir sind hier oben. Ich bin nicht gesprungen. Mann So viel zu, ich hocke das Spiel in zwei Parts durch Denn genau das dachte ich mir am Anfang Du kannst da unten rumhüpfen, wie du willst Nicht mit mir Okay, Vogel ausweichen Weggespawned, okay Nein, der Vogel Motherfucking piece of shit Ach, zu früh gesprungen Interessant, dass mich der Vogel runterstoßen kann, aber diese Soldaten nicht Okay Ah, das wollte ich haben Okay Wir sind einen Schritt weiter gekommen Und jetzt geht der Spaß jetzt richtig los Na Da war Energie drin, das ist Oh nein, Vogel Nicht schon wie ein Vogel Okay Okay, nicht fallen Das lag So viel Aufregung hier gerade Kriege ich dann die Leiter rüber? Ich würde gerne darüber Denn der Boxhorn würde mich schlagen Ja Ja Eben Hier oben komme ich zu Ja Genau die meine ich Diese Buschel kann ich nicht gebrauchen Aber wenn wir jetzt sterben, landen wir zum Glück wieder in 5-3 Ach komm Hilft mir doch einer Vielleicht mit Energie oder so Damit wäre mir wirklich Ach komm Hoch Okay Jetzt nicht fallen, nicht fallen Und Oh, knapp Wie komme ich eigentlich da hoch? Brauche ich da irgendwie Na? Ähm Bitte Ah Fuck Na gut Es ist Fortschritt Und wir kommen voran Und das zählt Oh nein Nein, nein Boxer Kein Bock auf euch Mike Mike Tanzen Tanzen, ja Mike Tyson Verschnitte Hier Ach Gott See ya Wie soll ich denn durch? Ich kann sie eigentlich schon wieder schenken Da hoch zu klettern Ja Man kann diese Dinger zerschlagen Das ist gut zu wissen Ich wäre vorher gerne gewusst Puh Fledermaus Und ein Tierchen Ein Jaguar ist das Oder eine große Ratte? Irgendwas in der Art Gut Ach Fuck Ich nehme jetzt 10 Minuten auf Ne Ja Hm Ach Komm Das ist okay Komm ich hier irgendwie rauf? Na Und vorbei Hinterabgrund Toll Mann Ich finde es absolut nicht witzig So Mal weniger treffen lassen Und nicht von den Boxern Diesmal gehe ich nämlich hier links rüber Ha Fick dich Boxer Nein Oh Gott Oh nein Was war das denn? Das sah so gut aus Das sah eben so schön aus Das war eben so wunderbar Hm Ich werde doch wieder sterben Da oben, oder? Wahrscheinlich durch eine Ratte Okay Ha Diesmal nicht Du Jaguar Haha Vogel Nicht mit mir Wow Das war gut Wo kommt ihr jetzt plötzlich her? Das glaubst du nicht Meine Güte Ach Komm Vogel weg Boah Diese Hinterhältigkeit hier Ich hoffe Ne Ich glaube zumindest Dass es hier Das Ende von 5.3 ist Und dass es in 5.4 ein Boss kommt Und ich hoffe Dass ich da spawne Wenn ich sterbe Bitte Mouth Dann muss ich dich Wie ein Ninja Du bist so bald Wie dein Vater Unser Vater Ist also ein besserer Kämpfer Schwertkämpfer Er muss uns kennen Ha ja Booster Hi Das läuft nicht wirklich gut Bitte dich in 5.1 Bitte dich in 5.1 Bitte dich in 5.1 In 5.3 Na gut Oh nicht schon wieder das Das Spiel schon hatten wir eben erst Fuck you Fuck you Ich gehe am besten direkt hoch Hoch Nicht wieder runter Okay Ich kann mir erlauben Beim Boss einmal zu sterben Ich hätte aber dennoch gerne eine Waffe Nein du Dummer Jaguar Luchs, Tiger Was auch immer Komm Wir tun uns beim Boss wieder Okay Ich habe es irgendwie geschafft Heule hochzukommen Das kennen wir schon Komm schon Nein Ha Gott sei Dank Meine Fresse Ich habe ein bisschen bisschen Ich bin Ich bin Ich bin Pork Ich bin corps Ich bin Ich bin Ich bin CBD Ich bin Ich bin Ich bin Gut, und hier bricht dann im nächsten Park die wahre Hölle los. Das ist nämlich der letzte Akt. Bis zum... Finale dann? Ich weiß nicht. Vielleicht?